glauben sie dass die leute auf dem land sehr passiv sind ja möchte ich schon sagen ist auch das dorfleben hier in steingarten sehr ruhig ja aber wenn die beiden ein fest feiern da sind die voll dabei welche feste feiert man denn hier in steingarten 800 jahr feiern von steingarten die fahnenweih von vereinen bedingte feste die sind natürlich immer willkommen welche vereine gibt es denn hier in steingarten veteranenverein schützenverein trachtenverein die sind ganz groß gehören sie selber auch zu einem der vereine nur zum sportverein den habe ich vergessen da ich selber dabei bin und was machen sie da beim sportverein tischten ich spielen meine söhne spielen fußball gehen sie da regelmäßig hin ja so da muss schon ganz was besonderes sein dass ich nicht hingehe und die leute mit denen sie tischtennis spielen gehen sie mit denen auch mal aus im café oder zum tanzen oder mal hinterher zum kegeln ja ja kegeln sie gerne ja und wo kegeln sie hier in steingarten wir haben eine sehr schöne kegelbahn und macht spaß auch wenn man nicht regelmäßig kegelt haben einen fürchterlichen muskelkader wie alt bist du jetzt 19 arbeitest du schon oder gehst du noch in die schule nein ich gehe noch in die schule ins gymnasium was machst du am wochenende wenn du nicht in der schule bist ja wenn ich nicht in der schule bin wenn ich Zeit habe bergsteigen und wenn nicht dann irgendwas lernen machst du das ganz alleine das bergsteigen nein da geht mein bruder immer mit und ein paar freund unter der woche was macht er denn da am abend so naja dienstag ist kohl probe für männerkohl freitag kirchenkohl mittwoch muss ich für den trachtenverein ziehharmonika spielen und so manchmal landjugend hast du selber irgendwie probleme innerhalb vom dorf mit anderen leuten ja probleme habe ich schon zum beispiel dass ich angst habe dass ich den anschluss einmal verliere weil ich doch momentan wenig beieinander bin mit den anderen mit meine ehemaligen kollegen von der volksschule weil halt ziemlich viel lernen muss und wenig aus dem haus kommen sind deine eltern steingadener ja mein vater ist aus steingadener aber meine mutter ist aus der däden deutsche und gefällt es der mutter hier ja ich glaube dass es jetzt schon gefällt aber zuerst hat es mit den leuten überhaupt kein auskommen gehabt und wieso nicht ja meine mutter war furchtbar sauberkeit gewöhnt und in bayern haben sie es für viele anscheinend nicht so gehabt mit sauberkeit und jetzt ist es besser geworden oder ja jetzt wird es ja ich bin mein vater erzogen herr echtler was sind sie vom büro kaufmann ich habe ein eigenes geschäft in steingaden und das habe ich meinem sohn übergeben und mein sohn der geht viel auf die jagd und ist fort und der papa macht den stellvertretter aber sie haben trotzdem freizeit für sich doch das schon ja und was machen sie da was ich da mache ich bin viel gesegelt da habe ich ein eigenes boot gehabt und da bin ich aktiv gewesen in leuchbruckischer segelgruppe und da haben wir regatta gesegelt bin sogar einmal erster geworden und zwar nur deshalb weil man die preisverteilung von hinten angefangen hat gehören sie irgendeinem verein hier in steingaden an ja ich gehöre im schützenverein an und im trachtenverein und im schützenverein da bin ich geschäftsführer wir haben hier in steingaden ein großes schützenhaus gebaut die schützen mussten freiwillige arbeit leisten bis zu 100 stund ohne bezahlung wir haben einen ganz großzügigen schützenmeister gehabt und der hat uns ein erbe vermacht von grundstücken und die grundstücke haben wir dann zum teil verkauft sonst wäre es nicht möglich gewesen und was machen sie denn sonst noch am wochenende am wochenende da tue ich manchmal spaßhalber gamsbartbinden was gamsbartbinden aha und was macht man denn mit den gamsbärten auf den hut stecken verkaufen sie die hier im ort nein der verwandte in münchen die möchten immer meine bärte herr jörger sind sie aus steingaden nein ich bin nicht hier geboren ich stamme aus dem schwarzwald seit wann sind sie schon in steingaden seit 1945 bin ich direkter dieses unternehmens haben sie dadurch eine besondere stellung im dorf ja ich möchte sagen man wird anerkannt aber dass ich dadurch ein steingadener geworden wäre das kann ich nicht behaupten auch der besitzer des unternehmens der von 1932 bis 1971 hier war ist nicht hier geboren da ist ein allgeuer stammt aus kemden und ist an für sich nie ein steingadener bürger geworden die steingadener erkennen einen nur dann an wenn er hier geboren ist wie schaut es mit ihrem freundeskreis aus ja nachdem ich aus der stadt komme habe ich mir vorgestellt hier auf einem dorf zu landen wo die geselligkeit sehr gepflegt wird und das hat sich leider nicht bewahrheitet man kommt unter umständen mal zwanglos zusammen aber das kann im halben jahr nur einmal sein man müsste dann irgendwie auf veranstaltungen gehen die der fremdenverkehrsverein aufzieht aber das kann man ja alles nur einmal hören und nur einmal sehen oder man müsste eben im verein aktiv tätig sein es gibt hier drei schützenvereine und drei brachtenvereine man muss auch bei der feuerwehr sein weil es auf dem dorf sehr wichtig ist und man dürfte sich ja nie erlauben etwas negatives über die feuerwehr zu sagen selbst wenn das wahr wäre haben sie einen stammtisch hier leider nein früher in ortschaften dieser größe hatte man einen stammtisch man könnte hier sogar einen akademiker stammtisch aufmachen es gibt also hier mehrere ärzte es gibt zwei zahnärzte es gibt den bürgermeister der apotheker ist ein geistlicher arme es gibt eine ganze reihe von leuten auch von jongau haben sich hier leute angesiedelt also eine fantastische sache und haben nette leute hier gewohnt aber man hat sich nicht getroffen das ist alles daran gescheitert dass am anfang nach dem krieg gab es keine möglichkeit auszugehen und dann später hat es dann konkurrenz neiggegeben unter den ersten unter den zahnärzten und dann gab es differenzen mit dem krankenhaus weil der krankenhausarzt wieder nebenbei privatpraxis getrieben hat also alles lauter dinge die dem stammtisch hinderlich waren viele freundschaften sind dann auch auseinandergegangen weil die frauen sich nicht vertragen haben gell weil die einen schönen hut gehabt hat wie die andere oder oder das sind so dinge die also von mir aus gesehen kleinlich sind gell aber die spielen dann doch irgendwie eine rolle also das ist der erste die 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 Vielen Dank.